Heute jammern Leute wir sind wieder auf FreundeTV. Heute wollen ich und mein kleinen Bruder ein Spiel machen. Ist nicht Ali, Polat und Agda. Hier Jingla oder wie das heißt. Keine Ahnung. Ja und wollen jetzt spielen. Hier steht auf der Parkour. Tiptoe war aber jeder sagt Jingla und so. Ja okay. Los geht's. Ich hab dich rasiert. Na darf nur mit einer Hand. Wir machen so wer verliert muss es aufräumen. Ja und unser Kameramann ist meine Schwester. Ja. Lass du doch nicht raus. Wenn ich verliere ein Tag. Ja damit. Ey wo soll ich jetzt. Ey ey ey. Wenn das Video schnell geht machen wir sogar zwei Runden. Ja. Wenn mein Bruder verliert. Wenn ihr so mehr Videos spielen wollt. Oder Teil zwei davon. Dann sprengt den Like Backe. Backe oder. Dann lasst ein Like da. Nein das darf man nicht. Ja okay. Lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare ob ihr noch mehr so welche Videos wollt. Na ja. 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 Jaa. Na ja. Na gut da. Aaa leise. Oh das ist schwer mach. Nea. Leise. Das ist schwer ohne Witz 헐. Das ist schwer. Ja. Ich zieh dir nicht raus, du musst selber. Ich bin fair, egal, ich zieh dir. Okay, jetzt wird's schwerer, Leute. Jetzt ist es schwer, nein, ich will es jetzt einfach. Komm ich auf, nein? Mach ich hier raus. Was? Paus, Paus. Nein. Mach. Oh. Wer war jetzt dran? Ich oder du? Achso, du bist. Mach. Ja, okay. Ja, hier war's. Oha. Ja, jetzt wird's schwer. Cool spannend irgendwie. Ja. Braut, fährt runter, ich sag dir. Oha, was für. Oha, jetzt wird dieser 1, 1, 1. Leute, guck mal, wie ihr das sieht. Ja. Schön. Guck mal, wenn ihr von dieser Seite, oh, alles ist leer in der Mitte. Ja. Jawohl. Navi, hör auf zu ziehen. Navi. Ja. Ich, ja. Konzentration. Wie soll ich konzentrieren? Das fällt nicht. Das fällt um. Um. Was soll ich jetzt? Mach. Das fällt um, Navi. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Ey. Ja. 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 Okay. Leute, das ist die zweite Runde. Erste Runde hat Navi verloren. Ja. Ich hab gewonnen. Jetzt machen wir noch eine zweite Runde. Ja. Und wenn ihr noch mehr so welche Videos wollt, schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Okay, Navi, die beiden. Wer fängt an? Ich. Nochmal scherisch dein Papier. Scherisch dein Papier. Was ist das? Mach mal richtig. Scherisch dein Papier. Was? Mach mal richtig. Scherisch dein Papier. Scherisch dein Papier. Mach mal nochmal richtig. Scherisch dein Papier. Ungewohnt. Dann mach doch mal Stein. Boah. 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 Für mich. Boah. Für dich. Boah. Ey. Direkt. Direkt. Mach mal schnell. Dieses Video wird ohne Bestrafung sein. Das nächste wird eine Bestrafung sein. Mach mal schnell. Dieses Video wird ohne Bestrafung sein. Ja okay. Wir essen Chili einfach. Wir essen Chili. Oha. Wir lassen es einfach so schief. Egal. Wir lassen es einfach so schief. Oha. Wie schief. Wir lassen es schief. Wir lassen es schief. Sag ich dir. Und dann noch ein anderes. Wenn das Rütter fällt. Leute wenn mein Fuder verliert. Dann schief es eins gegen eins. Ja eins eins. Ich habe nicht angefasst. Leute jetzt wird's schwer. Jetzt wird's spannend. Ja. Guck. Wo sieht die Leute so leer. Ja leer. Guck mal ob ich jetzt an kann. Ich habe das. Das fällt runter ohne Wichs. Das fällt runter. Oho. Das fällt runter. Nimm noch ein anderes. Okay. Du hast kein Glück. Doch ich habe Glück. Ohu. 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 Zweite Runde wieder gewonnen, Leute. Ich bin der Profi. Ja, der ist Profi. Ach, wir sind verrückt. Morgen muss ja wieder Schule. Wie viel Uhr? Ich muss heute... Keine Ahnung. Ich muss nicht morgen Schule. Ja, okay. Mama hat gesagt, ich hab Ferien. Und was sind Ferien? Ich hab Ferien. Ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr ein zweites Teil davon wollt, schreibt in die Kommentare. Ja, und für mehr Videos lasst ein Like da. Am Dienstag ist der Halloween in den zwei Tagen. Und dann machen wir auch ein Halloween-Video. Ja, wenn wir es schaffen. Ja, okay. Ciao, Leute. Das war's von Freunde... Was machst du? Das war's schon mit dem Video von FreundeTV. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal.